Und jetzt braucht die Polizeidirektion Werra Meissner dringend ihre Mithilfe. Gesucht wird nämlich dieser Mann. Das Foto stammt von einem Geldautomaten aus der Kreissparkasse in der Bahnhofstraße in Warnfried. Es ist der 29.11.2019. Er ist ein Betrüger und erschleicht sich gerade 4.010 Euro mit insgesamt zwei Bargeldabhebungen. Er hatte zuvor entweder der Kontobesitzerin den Geldbeutel geklaut oder sie hatte ihn verloren und er hatte den Fund dann unterschlagen. Wer kennt den Mann? Hinweise bitte an die Polizei in Eschwege. Das war ein Beitrag aus dem MainTower Kriminalreport. Fragen bitte in die Kommentare. Hinweise direkt an die Polizei. Alle anderen aktuellen Fälle seht ihr hier. Die anderen Sendungen, die gibt es hier. Und wenn ihr unseren Kanal abonnieren wollt, dann gerne hier.